Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal, ich spiele jetzt mal TheBuzz. Auch wenn ich im TSW-Video noch darüber geredet habe, dass das Spiel ein knapp ein halbes Jahr kein Update mehr bekommen hat, dachte ich, ich schaue es mir trotzdem mal an, denn ich habe in den Kommentaren gelesen, er sollte doch irgendwie mal ein Umsickkiller werden. Ja, ich weiß nicht. Drei Jahre ist er jetzt schon draußen, es gibt Mod-Support und ich habe mir ein paar Mods runtergeladen. Und ja, ich habe für mich schon mal ein bisschen ausprobiert, ich habe mir jetzt auch das Lenkrad installiert mit Gaspedal und allem, was dazugehört. Und habe schon so ein, zwei Runden gemacht. Erwartet nicht, dass das eine saubere Fahrt wird, das wird mir eher so eine Chaos-Fahrt, so ganz typisch ich. Ja, ich würde sagen, wir fahren in Oberhavel, ihr habt den Scania Citywide LF18 M3D Gelenksbus, das wird bestimmt super, ich und Gelenksbus. Und jetzt ist die Frage, was wir hier fahren. Ich glaube, wir fahren ab der Saarlandstraße, 7 Uhr. Na ja, sagen wir mal 8 auf 40. Kommen wir da mal runter, gucken wie es wird. Auswahl. Wetter ist so gleich wie in Berlin und, wobei wir könnten sagen, dynamisch. Und Start. Und dann wird es hoffentlich nicht allzu sehr schief gehen und ich hoffe, der Ton passt dann einigermaßen von mir. Weil das Mikrofon ist ein bisschen Upside. Okay, weißt du was, da mache ich nochmal schnell das Frodo davon. Ja, das fängt ja schon mal gut an mit den Bugs da hinten. So. Einmal rein da. Okay, einmal anmelden. Bin 1874, das passt. 821 04 Okay. Ticketverkäufe habe ich aber so erstmal ausgemacht. So. Ne, ja, schon zu spät. Machen wir die Tür zu. So. Los geht's. Oh je. Also die Linie bin ich jetzt so noch gar nicht gefahren. Nächste Halterstelle. Oranienburg, Südcenter. Sü. Will der mal einsteigen? Guten Morgen. Moin. Morgen. Moin. Morgen. Da komm. Jetzt aber. Abfahrt. Möcht einigermaßen im Plan bleiben. Oh, ist das weird, mal wieder mit Lenkrad zu fahren. Oranienburg, Johannesberg. Und wie in echt einfach nur Scheidwetter. Mein Polizei. Oh, Radarmessung. Ja, gut, dass ich nicht so schnell bin. Also, mein erster Eindruck ist bis jetzt gar nicht mehr so schlecht vom Spiel. Von dem, was ich selber schon so gefahren bin. Außer halt die typischen Bugs. Und was die NPCs so machen. Moin. Das waren alle. Oh, aber das mit den Updates ist halt ein bisschen meh. Das Spiel ist ja auch im Early Access. Oh, da würde ich mir wünschen, dass ein bisschen mehr Kommunikation kommen würde. Dass man sieht, okay, das Projekt lebt noch irgendwie. Oh, nee. Rechtsabliegen. Oh, Gelenkbus. Jetzt geht. Ich finde es doch ganz geil, dass die Kamera da so mitgeht. Wenn man so in die Kurve geht. Soll die auch aussteigen. Ah, weil sie da ein bisschen zu schnell unterwegs. Da ist ja noch 30. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mal die Ticketverkaufschancen rein. Ja, machen wir 10%. Da habe ich auch was zu tun. Hi. Hi. So waren das alle. Passt. Ah, Blinke vergesse ich immer wieder regelmäßig. Und wieder zu schnell. Ja, muss das einfach schnell mal beschleunigen. Nächste Haltestelle. Oranienburg-Villacher Straße. Aber ey, immerhin noch kein Unfall gebaut. Kommt bestimmt noch. So, einmal ganz nach draußen. Oh ne, jetzt kommt auch noch ein Auto da rein. Komm. Ey, ich glaube, ich habe es auch noch im Unfall geschafft. Nice. Das ist gut. Auf geht's. Ja, also ich besetze eigentlich ganz nett aus, so von der Karte. Wie gesagt, das ist meine erste Fahrt hier. Inchburg habe ich auch schon ausprobiert. Aber da ist halt richtig viel Verkehr. Ja, ich habe gesehen, man kann den runterdrehen. Aber da sieht man das Kartenende. Das ist irgendwie so semi-geil. Ja, so, komm mal da rein hier. Au, warum ist das alles so eng hier? Warum muss ich mit dem Gelenksbus hier fahren? Absolut falsche Bus für sowas. Oh, wieder einer zum Aussteigen. Okay, keiner kommt. Oh, Handyhaus da hinten. Moin. Moin. Wir waren ja rein hier. Morgen. Wo ist sonst noch jemand? Ja. Wird das was. Wird das so. Ähm. Kollege. Jo. Da habe ich ein Auto mitgenommen. Hat keiner gesehen. Aber wenn der so beschissen da ranfährt. Oranienburg-Albert-Huchmann-Straße. Boah. Was ist Feedback? Oh, der Bus wird voll. So, bitte einsteigen. Dankeschön. Wie sie alle das Handy in der Hand haben. Guten Morgen. Morgen. Moin. Moin. Gut, ich glaube, das war's. Abwärts. Oh, da noch links. Okay. Immer nach hinten. Oh, Mann. Die beste Linie ausgesucht hier. Oh, das ist eng hier. Oh, da brauchst du den Erfen. Gut. Haben keiner. Nice. Oh, bitte alle mal einsteigen hier. Moin, moin. Ah, kommt noch jemand? Glaub nicht. Macht die Zeit. Eine Minute. Ah, ja, geht ja noch. Oh, jetzt sind wir da 50. Nice. Ich will schnell einen Unfall bauen. Genau. Nächste Hauserstelle. Uranienburg-Bernaustrasse. Okay. Okay. Nach vorne, rechts. So, Ampel, komm. Schalt mal um. Ich möchte hier Pünktli sein. Ampel. Ah, da bin ich von der Schweiz ein bisschen verwöhnt mit den intelligenten Ampelschaltungen. So, für den ÖV. Nice. Also, die Straßen sind hier schon ein bisschen wild. Ui, ui, ui. Ui, wie ich da war. Aber der Regen sieht geil aus auf der Scheibe. Okay. Muss man dem Spiel schon lassen. Kann ich eigentlich den Scheibenwischer hier mal ein bisschen schneller einstellen? Nee, kann ich nicht. Da gibt es bestimmt einen Tastengürzel dafür. Dass ich noch nicht zugewiesen habe. Moin. Moin. Ja, ja, einigermaßen. Vier Fahrtenkarte, BZ. BZ. Vier Fahrtenkarte. Okay. Oh, und genau. Guten Morgen. Mein Herr, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ja, 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 ja. Ähm. Wo mache ich hier? Ermäßigt? Ah, BZ. Ermäßigt. Vier Fahrtenkarte. Boah. So, 26. Dankeschön. Abfahrt. Warum ist das hier so mega hubelig? Oh, Deutsche Bahn ist grüßen. Alter, so ein Chaos. So, und jetzt ohne, dass wir den LKW mitnehmen. Oh, ein bisschen Bordstein. Geht schon. Äh, heute steht nicht links. Oh, interessant. 20 jetzt so, ne? Ja, natürlich. Ja, bleibt auch noch stehen. Hallo. Schaut danach nichts. Die Polizei bleibt stehen. Ah, ja, vorne stehen. Sag mal. Hallo. Ja, liebe Fahrer, ist ja nicht schon mal leid, aber... Ich komme leider nicht nach links. Weg rammen will ich es jetzt natürlich auch nicht. Wobei, ich glaube, Strafen gibt es eh auch keine. Zumindestens noch nicht. Na ja, ich glaube, ich mache für euch mal noch einen kleinen Cut. Bis die Autos hier weg sind. Ich glaube, das könnte noch einen kleinen Moment dauern. Oh, dann tue ich sie doch wegdrücken. Jetzt kommt halt schon der Nächste da hinten. Ah, wisst du was? Wir machen einen Rampo. Oh, oh. Was ihr da gerade hört. Das ist das Lenkrad. Oh, ne, ma, ohli. Also, es ist ja fernes gehört, aber ich glaube, ja. Alter, was ne Katastrophe. Ganz kurz nach draußen gucken. Warte mal, was hat ihr da draußen Kamera? Oh, das wollte ich nicht. Ach so, stimmt, sieht es gar nicht aus. Okay. Weg hier. Ganz schnell weg hier. Okay, das Pflasterstein-Force-Feedback ist meh. Oh, weißt du, das ist vorbei. 50 wickt hier drin irgendwie so mega schnell. Das würde ich irgendwie 80 fahren oder so. So, hätte man das auch geschafft. Ich werde nie wieder pünktlich sein hier drin. So, guck mal. Das sieht gut aus. Alter, da geht die Straße auch wieder. So, mega. Force-Feedback. So, mega uneben. So, schönen guten Tag. Immer rein in die gute Stube. Moin. 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 Ah, ein Vorschein. Wunderbar. Ja, kann ich mich im Blick ja gerade drin lassen. Moin, moin. Ja, scheint frei zu sein. Voilà. Dankeschön. Dankeschön. Jo, einschrecken bitte. Alter, will die den Bus verlassen? Gut, ich glaube, das ist über Haus. Ah, ne, da kommt noch jemand. Und das auch ne. Gut. Viel Spaß beim Edi gerade hinten. Ah, na, Lidl, glaube ich, war das. Nicht so genau hingesehen. Eigentlich müsstest du ja als Busfahrer immer viel zu erzählen haben, von dem, was du in den ganzen Gesprächen so mitbekommst von den Leuten. Ja, wobei, ich glaube, das ist vermutlich ein bisschen weniger geworden, nachdem die meisten jetzt auf dem Handy unterwegs sind, Kopfhörer aufhaben, sich irgendwas anhören. Ja, war früher noch anders. Äh, rote Ampel. Ja, gut. Für uns geht's mal raus. Einigermaßen voll. Ich brauche noch einen Hotkey für die Außenansicht. Dass ich mir das direkt auf dem Lenkrad irgendwie machen kann. 1,13. Ah, 30. Kann schlimmer sein. Ah, da will er da mitfahren. Äh. Sind es alle? Labian. Nächste Haltestelle. Strasse der Nationen. Aber eine ganze Gruppe hier. So, bitte einmal alle entsteigen. Hallo. Moin. Gut. Abwarten. Aber wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, so wirklich viele Us-Modelle gibt's noch nicht für das Spiel. Ach, nö. Ja, dann, äh, warten wir. Ja, dessen. Ähm, ich war mal ganz kurz im Cut. Ich schaue mal ganz kurz wegen der Außenansicht. Ich bin gleich wieder da. So, naja, ich bin wieder da. Und jetzt habe ich auch ein Hotkey. Wir einmal nach draußen gucken. Jetzt muss nur noch diese blöde Ampel hier umschalten. Und dann wäre ich glücklich. Mann, und ich habe noch gesagt, ich wäre so gut in der Zeit. Das ist 2. Ah, geht der los. Bein, oder? Ah, richtig schön eng. Ah, das macht Spaß. Ja. Ich glaube, ich habe da was mitgenommen. Ey, das ist aber... Auli. Sehr eng bemissen. Jo. Da habe ich noch mal was mitgenommen. Ja, ihr habt es euch gesagt. Das wird eine Chaosfahrt. Oh, hier sind auch noch 30. Aber gut, so wie die Straße hier drauf ist. Ich glaube, das nächste Mal fahre ich lieber in Berlin. Da sind die Straßen besser. Ja, bitte einsteigen. Moin, moin. Moin. Ja, ich glaube, das sind alle. Oh, Sassenhausen, glaube ich, war das. Am Flühenberg. Ja, bin ja mal gespannt, mit welcher Zeit ich da auf der letzten Haltestelle ankomme. Ah, ich glaube, ich würde mit mir selber nicht mitfahren. Zumindest ist es nett. Mit, mit den Straßen hier. Ach, ne, Kreisverkehr. Wow. Einfach mal die Vorfahrt genommen. Alter, was ist denn hier mit den Straßenloops? Kann man doch nicht machen. Ja, wo ist denn die Haltestelle? Warum geht die Geschwindigkeitsbegrenzung immer wieder mal einfach so auf 10 runter? Ah, der LKW parkt auch sehr intelligent. Boah. Ich muss gerade ein bisschen awkward lenken, weil das Mikrofon im Weg ist, weil sonst klatsche ich da immer dagegen. So, immer rein hier. Alter, schaut mal, wie schief das hier ist. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich so ganz großer Fan von der Karte hier bin. Also, außen tut es gut, aber die Straßen sind eine Katastrophe. Nächste Haltestelle. Bahnhof Sachsenhausen. Oh, nochmal die Bahn. Ja, sie fahren mit 40. Boah, die Straße. Boah, nee, von außen kann man gar nicht fahren. Das ist furchtbar. Ja, da haben wir uns jetzt einige verlassen. Ja, wir rennen in den Kreisverkehr. Los geht's. Friedrichstraße, ein Kilometer. Unübergang. Ja, nee, 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 nee. Nächste Tour wird Berlin. So, liebe Ampel, bitte einmal hier freimachen. Oh, knapp, aber geh. Ah, Gelenkbus ist einfach nichts für mich. Alter, die Umgebung hier ist echt wild. Ich frage mich ja, was diese Live-Events sind, was man hier so ein- und ausschalten kann. Und das geschieht, ich habe mich ja nicht so sehr mit dem Wasser auseinandergesetzt. Oh, da hinten ist Blaulicht. So, wir müssen da rein. Okay. Alles. Oh, nee, schon wieder Pflaster. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Bitte einmal alle aussteigen. Nice. Ja, chaotische Fahrt. Also, drei Minus. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Die Straßen sind, naja. Aber ich glaube, ansonsten, ich bin schon mal schlimmer gefahren. Ich glaube, man kann es noch durchgehen lassen. Ich hoffe, dass es euch gefallen ist. Keine Abenteuer. Und ich denke, ich fahre doch ein zweites Mal in den Bass. Und wenn ihr bei denen habt, für Mods oder so, die ich nutzen kann, ab in den Kommentaren. Bis dahin, macht es gut. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten, der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten, lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.